Im Kampf teilt sie aus Auf der Strasse sieht es mir natürlich nicht an, aber ich laufe ja auch nicht so herum. Also ich bin immer noch die Beste. Im Beruf pflegt sie Patienten. Sie kennen das. Sie lächeln sogar an, schon wieder ein blaues Auge. Bestare Kitschei ist Profi-MMA-Kämpferin und lebt zwischen Fürsorge und Demontage. Die Finger sind wieder besser, schauen Sie, nicht mehr so schlimm. Bestare, Kämpferin mit Herz, ab dem 9. November bei Plus 41. Untertitelung. BR 2018